Er sagt Allah SWT und dann wundert man sich, man sagt, warte mal, der Koran ist doch das Wort von Allah. Kelamullah. Ja, richtig. Aber warum spricht hier Allah SWT von der dritten Person? Er sagt, Alhamdulillah. Der Lob gebührt Allah. Aber Allah spricht doch. Al-Fatihah, wer hat Al-Fatihah gesprochen? Allah. Da fragt man sich, warum? Ganz einfach. Allah SWT bringt uns bei, wie wir ihn loben sollen. Und wie wir ihn erwähnen sollen. Und er bringt uns vor allen Dingen bei, wie wir Dua machen sollen. Das Bittgebet. Er bringt uns bei, SWT. Das heißt, Ehdin al-Sirat al-Mustaqim bedeutet, Oh, ihr Muslime. Ja, eyuhuha al-Muslimun. Weg, sondern ein bestimmter, gerade Weg. Er sagt, leite uns den gerade Weg, den Weg derer, denen du Gunst erwiesen hast. Wer sind sie? Es sind die Propheten. Und die Gesandten. Und die Märzüger. Und die Wahrhaftigen. Und die Gefährten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, und die Gelehrten, die den Sahaba folgen bis zum nächsten Tag. Du sagst, oh Allah, lass mich auf deren Weg sein. Lass mich stabil sein in der Religion. Lass mich stabil sein in der Religion.